Die Schriftrollen der Alten zeigen, was war und was noch kommt. Sie haben mir so manches aufgezeigt. Spart euch die Geschichten, alter Mann. Damit schaffen wir keine Sperre. Unser Kriegshäuptling stirbt. Unsere Feinde sammeln sich erneut. Wir müssen kampfbereit sein. Wir sollten gehen, Kellen. Wir haben die Schriftrolle und dieser hier wittert Blut in der Luft. Geduld, Naak. Ich habe hier noch etwas zu sagen. Geschichten können Erstaunliches bewirken Sperrmeid, sogar wenn sie unwahr sind. Diese hier solltet ihr hören. Sie stammt aus dem großen Krieg, in dem das Reich fast unterging. Es begann, als die Hochelfen alle kaiserlichen Klingen niedermetzelten. Sie und ihre Verbündeten nannten sich Neuhalt Meribund und fegten über das Land hinweg. Sie nahmen sogar die Kaiserstadt ein. Der Kaiser flog in Norden und überließ Syrodil den Angreifern. Dies handelt von einem vergessenen Helden, der Geschichte gemacht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017